Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen heute in die achte Runde von mir, von der Sparkassen Chess Trophy in Dortmund. Ich habe hier ja bereits zwei Partien gezeigt und dieses Video kommt etwas später als gewöhnlich online, weil ich gerne die letzte Runde abwarten wollte, um euch auch abschließend mein Ergebnis mitteilen zu können. Dazu kommen wir natürlich später. Als erstes dürft ihr wie immer drei Aufgaben lösen. Die sind, wie gesagt, alle aus meiner achten Partie. Ich führte die weißen Steine gegen einen internationalen Meister aus England, Jonah Willow, noch recht jung, ich glaube 20 Jahre alt. Und ja, wie gesagt, drei Diagramme. Nehmt euch gerne alle Zeit, die ihr wollt. Überall ist weiß am Zug. Haltet gerne das Video an und wenn ihr das getan habt, dann kommt zurück zu mir und dann schauen wir einfach mal die Partie an. Ja, ich spielte E4 und schon im ersten Zug schaffte es mein Gegner, mich zu überraschen. Er spielte normalerweise entweder C5 oder E5 und entschied sich in dieser Partie für E6. Okay. Ich spiele eigentlich immer die Taras-Variante mit Springer D2, also habe ich das auch hier getan. Läufer E7. Ja, die Variante habe ich sehr lange nicht wiederholt, weil sie grundsätzlich einfach recht selten ist und auch nicht allzu gefährlich. Und ich habe mich dann entschieden, E5 zu spielen. Das habe ich vor einer ganzen Weile mal analysiert. C5, C3. Ja, die Grundidee in dieser Variante ist, dass nach Springer C6 Läufer D3 folgen kann. Und wenn Schwarz hier nun den Bauern nimmt, dann hat man Dame G4. Und da der Läufer bereits auf E7 und nicht auf F8 steht, verliert Schwarz hier den G7-Bauern und die schwarze Stellung ist eine völlige Ruine. Aber mein Gegner schlug hier direkt auf D4 und spielte Dame B6. Ich habe mich jetzt entschieden, Springer F3 zu spielen und zwar den D-Springer, denn ich denke, der optimale Aufbau für Weiß ist es, hier Läufer D3 und Springer E2 zu spielen. Aber mein Gegner blitzte weiter und spielte Läufer B4 Schach. Hier Läufer D2, den schwarzfeldrigen Läufer abzutauschen, ist ja strategisch eigentlich in meinem Sinne, denn die weißen Bauern stehen auf schwarzen Feldern. Läufer D7 und Läufer D3. Ja, und Schwarz spielt Läufer B5, also schwarz denkt sich das gleiche, er möchte den weißfeldrigen Läufer abtauschen, denn seine Bauern stehen im Zentrum auf weißen Feldern. Okay, so tauschen sich also alle Läufer. Ich habe auch hier geschlagen und den Damentausch angeboten. Da bereits sehr viel Material vorm Brett ist, ist es vielleicht gut, wenn mein König am Ende im Zentrum steht, denn im Endspiel soll ja auch der König aktiviert werden. Dann Springer C6. Hier Springer E2 entwickelt den Springer, verteidigt natürlich auch den Bauern auf D4. Nochmal Dame D2, König D2 und Springer E7. Auch das ist ein logischer Zug. Der Springer peilt wahrscheinlich das Feld F5 an, aber kann eventuell auch nach G6, wenn er zum Beispiel mit F6 Druck auf den E5-Bauern machen möchte. Okay, Turm C1, König D7 und ich habe hier Turm C3 gespielt. Es gibt gerade nur eine offene Linie auf dem Brett, das ist die C-Linie und deswegen möchte ich die besetzen und natürlich am besten die Türme verdoppeln. Denn wenn man die offene Linie besetzt, beziehungsweise die einzige offene Linie, dann ist die Chance recht hoch, dass der Gegner irgendwie diesen Druck neutralisieren muss, was in diesem Falle wahrscheinlich dazu führen würde, dass sich alle Turme tauschen. Aber das Springer-Entspiel sieht aus meiner Sicht ganz gut aus, denn Schwarz hat mehr Schwächen. Aber natürlich steht erstmal noch der Springer auf C6 und Schwarz muss hier gar nichts machen und hat deswegen F6 gespielt. Ja, hier wäre wahrscheinlich sowas wie Springer F4 interessant gewesen, direkt auf die Schwäche von Schwarz gehen. Wenn ich jetzt noch einen Zug Zeit kriege, dann nehme ich vielleicht auf F6 und spiele Turm E1 und auch Springer H5 ist eine Idee. Ich dachte, Schwarz spielt hier Turm F8 und hier kann man aber auch mit Springer D3 den Bauern auf E5 unterstützen. Und hier sollte Weiß keine Probleme haben. Ich habe mich entschieden, Turm C1 zu spielen und hier floggt der Springer G6. Ja, und hier konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, was ich spielen sollte. Mein ursprünglicher Plan war es, H4 zu spielen. Aber nach H5 wollte ich G3 spielen und in dieser Stellung war ich mir nicht so sicher, wie das einzuschätzen ist. Also erstmal, Schwarz muss hier natürlich nicht mit dem Springer auf E5 schlagen, aber es ist eine Option. Und ja, die Stellung war mir einfach unklar. Natürlich sind meine Türme sehr aktiv, also insbesondere der auf G7. Aber Schwarz hat eben auch zwei gute Freibauern. Ja, die sind verbunden. Ein Turm wird sich eventuell tauschen. Auch der schwarze Springer kann hier mal nervig werden. Und die Stellung konnte ich nicht einschätzen. Der Computer sagt, ist okay für Weiß, ist auch okay für Schwarz. Ja, kann sein, aber praktisch ist das auf jeden Fall nicht einfach zu spielen. Ja, stattdessen habe ich auf F6 geschlagen und hier Springer E1 gespielt. Der Springer soll nach D3 überführt werden, wo er einmal nach C5 füpfen kann, aber Weiß kann dann eben auch F4 spielen, um eventuell den Vormarsch der schwarzen Bauern im Zentrum zu verhindern. Turm C8 und F4. Und hier nach Springer G7 bin ich mir nicht ganz sicher, was in mich gefahren ist. Ich habe hier direkt G4 gespielt. Aber wie mir zwei Züge später in der Partie auch auffiel, wäre Springer D3 wahrscheinlich deutlich schlauer. Es droht jetzt Springer C5. Das kann Schwarz auch nicht einfach zulassen, denn dann ist ein Bauer weg. Deshalb B6. Und jetzt kann man G4 spielen. Und nach Turm G8 habe ich euch die Stellung als Aufgabe gezeigt, denn das Motiv ist sehr wichtig und auch sehr hübsch und deswegen dachte ich, das wäre schön, auch wenn das keine Partiestellung ist, sondern eine Variantenstellung, ist das, denke ich, sehr lehrreich. Man muss hier feststellen, dass der Springer auf C6 durch den Zug B6 etwas geschwächt wurde und dass wir natürlich nach wie vor das Ziel haben, den Turm nach C7 zu bekommen. Deshalb sollten wir hier G5 spielen. Wir wollen den F-Bauern loswerden und nach F schlägt G5 Springer E5 Schach. Schwarz muss hier schlagen, denn ja, ansonsten hängt der Springer. Und hier nach Turm C7 ist die Stellung ganz schlecht für Schwarz. Nach D6 kann der König nicht. Das wäre direkt matt übrigens. Sehr hübsch. Also muss er irgendwie auf die 8. Reihe. Aber auch hier können wir mit dem F-Bauern schlagen. Einer der beiden Bauern wird auf jeden Fall fallen. Vielleicht dann auch noch ein Zweiter. Und Schwarz hat überhaupt kein Gegenspiel. Wie gesagt, Schwarz ist nicht verpflichtet, das zuzulassen, aber ich wollte das Motiv gern zeigen. Wie gesagt, ich habe mit G4 angefangen und auch hier kam Turm G8. Und auch die Stellung habe ich euch als Aufgabe gestellt. Und hier habe ich mich in der Partie falsch entschieden. Hauptsächlich, weil ich die Varianten, die ich gerechnet habe, nicht richtig eingeschätzt habe. Auch hier gibt es aus meiner Sicht zwei Kandidaten. Einer ist G5 und der andere ist Springer D3. G5, ja, Schwarz nimmt und Springer F3. Hier ist natürlich der Nachteil, der Springer steht noch nicht auf F3 oder D3. Deshalb muss er erst nach E5 gebracht werden. Aber in der Zeit nimmt Schwarz hier noch weitere Bauern weg. Springer E5, Turm C7. Okay, König D6 geht jetzt nicht, weil dann fällt der Springer auf E7. Also muss der König zum Beispiel nach E8. Und hier nach D schlägt E5. Turm G2 hat Schwarz recht starkes Gegenspiel. Ich habe hier noch ein bisschen weiter geschaut. Nach Turm B7, F3, Turm C7. Ja, möchte der Computer gern so spielen und sagt, Stellung ist völlig ausgeglichen. Ja, Weiß wird wahrscheinlich gleich Dauerschach geben. Aber, ja, das habe ich ehrlich gesagt soweit nicht gerechnet. Und hier war mir die Stellung einfach sehr unklar, weil Schwarz Turm G2 hat. Deshalb habe ich in der Partie Springer D3 gespielt. Aber da habe ich was recht Wichtiges übersehen. Es folgte Turm G4, Springer C5. Wie gesagt, jetzt gewinne ich entweder den B7-Bauern oder den E6-Bauern. Es folgte König C8, Springer E6 und hier kam Turm G2. Und das ist ein sehr, sehr starker Zug, den ich einfach unterschätzt hatte. Okay, ich habe Turm H3 gespielt. Ich möchte gern den Turm auf H8 binden, damit ich eventuell, also weil Schwarz kein Gegenspiel zulassen möchte, gegen den H7-Bauern. Springer F5 und hier Turm G1. Und hier hat mein Gegner sehr lange überlegt und eine mehr oder weniger einfache Taktik übersehen, die zugegebenermaßen ich auch übersehen habe. Schwarz könnte hier einfach G1 schlagen und B6 spielen. Und ich hatte hier Turm H5 geplant, aber nach Springer E7 ist der Springer auf F5 verteidigt und der auf E6 gefangen. Und hier verliere ich dann einfach eine Figur. Das wäre nicht so gut und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, dass am Ende des Turniers einfach sehr oft alle müde sind. Stattdessen folgte Turm E2, König E2, Turm E8. Auch das sieht vielversprechend aus, denn Schwarz gewinnt natürlich zwei Figuren gegen den Turm. Aber Weiß gewinnt dafür den H-Bauern und gerade im Endspiel ist Turm und Randbauer gegen zwei Springer ja keine klare Angelegenheit. Ich habe König D2 gespielt und nach Turm schlägt E6, Turm schlägt H7. Hier folgte Springer E7. Und hier ist jetzt die Frage, soll man einen Turm tauschen oder nicht? Ich war der Meinung, lieber ja. Der Computer ist sich nicht ganz sicher. Grundsätzlich sollte der Turmtausch gut für mich sein. Das Problem ist, dass Schwarz hier einen guten Zug hat und den hat er auch gefunden, Turm E4. Ja, das ist auch wieder so eine Stellung, wenn man die mit dem Computer anschaut, ist alles ganz offensichtlich. Wenn ihr die einfach mal mit einem frischen, menschlichen Auge anschaut, dann stellt ihr vielleicht fest, dass die Stellung nicht so klar ist. Denn Weiß wird sehr schnell den H-Bauern zum Laufen bringen. Und die Frage ist, kann der schwarze D-Bauer, der jetzt wahrscheinlich auf E4 landet, dem was entgegensetzen? Schauen wir mal. Ich habe auf E4 geschlagen und H4 gespielt. Hier hat mein Gegner wieder sehr lange überlegt und den starken Zug E3 gefunden. Okay, König E1. Der geht nach E1, damit der schwarze Springer nicht irgendwie auf F4 oder auf D4 mit Schach nimmt. Und hier folgt der Springer G6. Tatsächlich ist hier die Gewinnvariante, beziehungsweise eine Gewinnvariante, für Schwarz recht hübsch. Man sollte König D7 spielen, H5 und König E6. Und nach Turm H8 kann man zum Beispiel König F7 spielen. Turm B8, B6. Also der König hat jetzt im Prinzip den H-Bauern unter Kontrolle. Nach Turm B7 geht man einfach wieder nach E6, gibt den A ab und stellt den Springer nach D5. Und diese Springer im Zentrum sind so dominant und natürlich drohen hier auch Geschichten, den Bauern durchzudrücken. Und Weiß kann das leider nicht verhindern. Mein Gegner spielte Springer G6. Auch der sieht recht logisch aus. H5, Springer F4 und H6. Auch das ist erstmal logisch. Und hier verpasste mein Gegner jetzt einen Gewinn, der aber gar nicht mehr trivial ist. Schwarz sollte E2 spielen. Das sieht vielleicht auch nicht so komisch aus. Okay, hier hatte ich Turm H8 geplant. König D7 und H7. Und hier kommt schon eine lustige Sache. Denn Springer H4 gewinnt hier, Springer D4 nicht. Nach Springer D4, Turm D8, König D8 und H8 Dame. König E7 hat Weiß hier Dauerschachs, weil der König sich nirgends gut verstecken kann. Wenn aber Springer H4 kommt und Turm E8 oder auch Turm D8, das spielt tatsächlich keine große Rolle. Okay, zum Beispiel Schach, König D2, König E8, H8 Dame. Hat Weiß offenbar kein Dauerschach und Schwarz gewinnt, weil Weiß auf Dauer diese Drohung E1 Dame nicht abwehren kann. Und der D-Bauer steht Weiß im Weg. Ja, kann man das sehen in der Partie? Schwierig. Das ist aus meiner Sicht eher Zufall, wenn man nicht auf D4 nimmt und sich für Springer H4 entscheidet. Dennoch aber eine sehr hübsche und lehrreiche Variante, dass hier, obwohl Schwarz sich noch keine Dame holt, die Stellung trotzdem gewonnen ist für Schwarz. Stattdessen spielte mein Gegner Springer schlägt D4 und das war auch wieder eine Aufgabe für euch, und zwar die letzte. Hier ist Turm E7 sehr stark, das hält den Bauern auf. Mein Gegner spielte jetzt Springer F3, König D1, E2 geht hier nicht, denn nach Turm schlägt E2, Springer schlägt E2, H7. Läuft der Bauer durch und ohne diesen starken Freibauern ist die Stellung natürlich gewonnen für Weiß. Schwarz könnte aber tatsächlich noch Springer G5 spielen und nach Turm schlägt E3, ist die Stellung wahrscheinlich Remis, denn ich vermute, das Maximum, was Weiß erreichen kann, ist, dass eben das Schwarz den Springer gegen den Bauern geben muss und das Material ist schon sehr reduziert. Stattdessen folgt aber Springer E5, H7, Springer G6 und hier kann ich einfach König E2 spielen, denn der Turm hängt gar nicht wegen H8 Dame und jetzt nehme ich einen Bauern nach dem anderen weg. König D8, Turm B7, F5, gut, dann eben den E3, jetzt folgt der F4, König E4, F3, K, den Bauern muss man aufhalten und nach A6 habe ich B3 gespielt, ich möchte als erstes Springer C4 Schach verhindern, denn grundsätzlich ist hier schon mal klar, dass Weiß irgendwann den G6 Springer gegen diesen H7 Bauern gewinnen wird und dann möchte ich natürlich noch möglichst viele Bauern auf dem Brett haben und deswegen möchte ich Springer C4 und Springer Schläge B2 in keiner Variante erlauben. Es folgte Springer D7, okay, jetzt habe ich erstmal den F3 geschlagen, König C8, Turm A7, jetzt hängt auch noch der A6 und nach Springer B8, Turm G7, Springer D7 habe ich König E4 gespielt, vielleicht kurz, die schwarze Idee war hier, dass nach Turmfleck G6, Springer E5 folgt und Schwarz nimmt den Turm und verteidigt wieder die Ecke. Ich war mir tatsächlich nicht sicher, vielleicht ist sogar die Stellung gewonnen, aber warum soll ich mich damit beschäftigen, wenn ich einfach König E4 spielen kann? Das droht auch Turmschläge G6, das droht auch Turm G8 und H8 Dame und Schwarz hat jetzt hier aufgegeben, weil die Stellung einfach hoffnungslos ist und das ist doch schon sehr einfach für Weiß. Ja, war keine perfekte Partie natürlich, es waren einige Fehler da, mein Gegner hat mich auch strategisch tatsächlich überspielt, allerdings war die Stellung, in der er einen Gewinn hatte, nicht ganz so trivial, wie der Computer sie darstellt, zumindest aus meiner Sicht, also ich fand das in der Partie gar nicht klar und wusste einfach nicht, wie das einzuschätzen ist. Dennoch, gerade, dass er mal einen Springer auf E6 nicht gefangen hat, spricht wahrscheinlich dafür, dass am Ende des Turniers einfach die Müdigkeit schon fortgeschritten ist und es ist nicht mehr so einfach, Varianten zu berechnen. Ja, damit habe ich fünf Partien in Folge gewonnen und zwar die Runden vier bis acht. In Runde neun ging es dann gegen einen jungen Inder mit circa 2500 Elo, der hat mich auch leider strategisch ziemlich fertig gemacht und dann mit einem hübschen Opfer matt gesetzt. Das war schade. Dennoch bin ich nach einem so misslungenen Start mit einem halben aus drei sehr zufrieden damit, dass ich am Ende fünfeinhalb Punkte gemacht habe. Die Partien waren insgesamt auch in Ordnung. Ich hoffe, euch haben die Partien, die ich hier gezeigt habe, gefallen und wenn ihr mehr davon sehen wollt, in zwei Wochen gibt es schon mein nächstes Turnier. Da würde ich das auch gern wieder so machen, denn ich habe den Eindruck, dass das sehr gut ankommt, wenn ich meine Gedanken aus meinen Partien darstelle. Ja, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen und ich hoffe auch, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss! Bis dahin, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020